Wie Herr Dr. Kohl in Ihren Wahlreden davon gesprochen haben, wir seien die nützlichen Idioten der SPD. Mir haben das so viele Leute... Wenn Sie es zurücknehmen, ist es sofort noch... Entschuldigung, darf ich das in einem Satz sagen? Sie wissen, dass der Begriff nützliche Idioten... Das ist doch ein ganz anderer Text, der Gänster. Ja, gut, Sie haben ja etwas klargestellt. Ich will dazu ein Wort sagen. Der Begriff nützliche Idioten ist von Lenin erfunden worden für Leute, die Kommunisten unterstützen. Und ich denke, wir sollten nicht den Eindruck erwecken, dass die Freie Demokratische Partei eine Partei ist, die Kommunisten unterstützt. Vor mir liegt dann, ich möchte sagen, die Bundesrepublik Deutschland ist heute schon frei. Ich würde mir wünschen, dass der andere Teil unseres Vaterlandes so frei wäre.